Jenny Frankhauser, Abrechnung mit Peter Klein und Yvonne Wölke, wie herzlos kann man sein? Nachdem sich bereits Daniela Katzenberger zur Promi Big Brother Aussprache zwischen Iris und Peter Klein geäußert hatte, zog Jenny Frankhauser nun nach, und die rechnete nicht nur mit Peter Klein, sondern auch mit Yvonne Wölke ab. Jenny Frankhauser, bittere Abrechnung mit Peter Klein. Jenny Frankhauser, 31, reicht's. Bislang hatte sich die Schwester von Daniela Katzenberger, 37, eher zurückgehalten, was die gemeinsame Promi Big Brother Teilnahme von Peter und Iris Klein, beide 56, angeht, doch nachdem das noch Ehepaar von Big Brother zur Aussprache gezwungen wurde, bei der vor allem Iris immer wieder mit den Tränen kämpfte, platzte ihrer Tochter Jenny im Netz mächtig der Kragen. Die baldige Zweifachmama erklärte, dass sie etwas dazu sagen müsse, nachdem sie gesehen hätte, was im TV passiert ist, und kurzerhand holte sie zum Rundumschlag aus. Ich muss dazu was sagen, weil meine Mutter zu wenig gesagt hat, stellte sie klar. Meine Mama ist verbal nicht stark, sie hat keine Argumente, aber ich sage euch eins, wenn jemand verbal stärker ist oder besser argumentieren kann, heißt das noch lange nicht, dass er im Recht ist. Und wenn sie nichts sagen kann, sich wieder hat unterbuttern lassen und sich nicht traut, zu sagen, was wirklich Sache ist, dann mache ich das. Wenn nicht ich als Tochter, wär dann, so Jenny Frankhauser sichtig wütend. Jenny über Peter Klein, er lügt einfach. Auch für ihres Kleins Promi Big Brother Kollegen, denen es sichtlich egal war, als sie mit den Tränen kämpfte, findet Jenny deutliche Worte, was ich gesehen habe, ist meine Mama, die todtraurig ist, die sich nicht traut, zu sagen, was Sache ist. Die, was ich erfahren habe, von niemandem in den Arm genommen wurde, sagt sehr viel über diese empathielose Menge aus. Selbst wenn man sie nicht mag, meine Mama ist kein einfacher Mensch, aber sowas hat sie nicht verdient. Sowas hat niemand verdient. Und dann packte die 31-jährige knallhart über Peter Klein aus, ich versuche nicht auszuflippen. Ich bin scheißsauer. Ich finde es erschreckend, wie ein Mensch nach 20 Jahren so eiskalt gegenüber sitzen kann, regte sich Jenny weiter über Ex-Stiefpapa Peter Klein auf und spielt damit auf ihres Kleins Beichte an, dass sie versucht hätte, sich mit Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Er sitzt da und sagt, er hat davon nichts mitbekommen, das ist einfach scheiße gelogen, er war nämlich hier. Also er ist hergekommen und hat alles von mir erfahren, was passiert ist, also er lügt einfach. Punkt auch für Peter Kleins Frage, weshalb ihres Kleins sich überhaupt für Promi Big Brother entschieden hätte, fand sie deutliche Worte, was ich krass finde. Diese Aussage, warum bist du hier? Was wirst du hier? Da denke ich mir, warum bist du hier? Aus welchem Grund hast du es ins Promi Baby geschafft? Nur mal als kleiner Denkanstoß. Keiner hat das Recht meiner Mutter zu sagen, dass sie aus einem falschen Grund da ist. Iris habe lange überlegt, ob sie die Anfrage überhaupt annehmen und sich damit der Konfrontation mit noch Ehemann Peter Klein aussetzen soll. Weiter kam Jenny Frankhauser auf die angeblich falschen Fremdgehanschuldigungen zu sprechen und rechnete auch mit Yvonne Wölke, 41, deutlich ab. Das Ganze hat nicht unbegründet angefangen, er hat auch zugegeben, er hat sie ein paar Mal belogen. Jede einzelne Frau, die belogen wird, wenn der Mann mit einer wildfremden Person auf einmal hängt, sie verheimlicht, und, 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 macht sich doch da Gedanken. Eine gesunde Eifersucht hat ja jeder und es ist nicht unbegründet gewesen, sie bildet sich nicht ein, dass er fremdgegangen ist. Ein paar Fakten, der Kuss im Fahrstuhl, der Chatverlauf mit Ich möchte deinen Körper wieder spüren, das sagt ja eigentlich schon alles. Da waren die, Iris und Peter, Anmerkung der Redaktion, noch zusammen, nicht getrennt, die sind nur Freunde? Ich verliebe mich nicht in meine Freunde, ganz komisch. Punktdeutliche Worte an Yvonne Wölke, wie herzlos kann man sein? Ihrer Meinung nach hätte Peter Klein die Eier haben und die Ehe sauber beenden sollen, bevor du etwas tust und nicht vorher schon ins Hotelzimmer gehen und dann noch zulassen, dass die Affäre oder neue Freundin deine Noch-Ehefrau nach 20 Jahren so demütigt, öffentlich, ständig bei Instagram. Hab wenigstens den Mut und den Respekt zu sagen lass sie bitte in Ruhe. Yvonne Wölke bezeichnete sie als herzlos, sie wird fast ein Jahr lang von der Affäre provoziert, beleidigt übers Internet, macht Videos mit ihren Hunden und so. Könnt ihr euch vorstellen, wie weh das tut? Macht Scherze darüber. Wie herzlos muss dieser Mensch eigentlich sein? Lass doch diese Frau in Ruhe, der du das Leben zerstört hast, verdammt nochmal. Punkt wegen Peter Kleins und Yvonne Wölkes Freundschaft sei ihrer Mama nicht nur das Herz gebrochen, sondern auch die ganze Familie sei auseinandergerissen worden. Weshalb Iris Klein ausgerechnet Promi Big Brother als Ort für ihre Aussprache gewählt hat, darüber mutmaßte Jenny Frankhauser, sie wollte die Aussprache, weil er es nicht zugibt. Er hat es ja privat zugegeben, aber öffentlich steht sie da wie eine, die lügt. Ich würde der Person, der ich das Leben zerstört habe und die sich wegen mir fast umgebracht hätte, kein Geld wegnehmen wollen. Punkt Autsch. Eine heftige und deutliche Abrechnung, die deutlich macht, wie lange das Ganze schon in Jenny Frankhauser gebrodelt haben muss. Während sich Peter Klein derzeit nicht zu dem verbalen Rundumschlag äußern kann, bleibt abzuwarten, ob und was Yvonne Wölke zu all dem zu sagen hat. Promi Big Brother läuft täglich in Sat.1 und auf Join.Iris Klein, Fremd-G-Drama um Yvonne Wölke und Peter Klein nimmt kein Ende. Zwischen Iris Klein und Yvonne Wölke ist ein regelrechter Netzkrieg entfacht. Der Grund? Während des Dschungelkamps warf die Katzenberger Mama ihrem Mann Peter Klein vor, sie mit der Blondine in Australien betrogen zu haben. Und obwohl beide die Fremd-G-Verwürfe immer wieder dementierten, zieht sich das Drama bis heute hin, kurz nachdem die Kemper und ihre Begleitungen wieder in Deutschland gelandet waren, sind Bilder und Videos aufgetaucht, die Yvonne und Peter extrem vertraut miteinander zeigten. Für viele schien das der endgültige Beweis dafür zu sein, dass tatsächlich mehr zwischen den beiden gelaufen ist, und auch ihres Töchtern Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser schienen keinen Zweifel mehr daran zu haben, dass ihr Stiefpapa ihre Mama hintergangen hat. Die 30-Jährige erklärte in ihrer Story enttäuscht...Ich habe die Story, dass ich das alles nicht glaube, nun gelöscht. Nach den letzten Bildern, die ich gerade zugeschickt bekommen habe, nehme ich alles zurück. Ich wollte das anscheinend bis zuletzt nicht wahrhaben und weiß nicht mehr, was man glauben kann. Es ist wie ein wahrgewordener Albtraum. Es ist wie ein wahrgewordener Albtraum. Es ist wie ein wahrgewordener Albtraum. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018